Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend, Morgen, Mittag oder was auch immer ihr jetzt gerade in diesem Moment habt, wenn ihr dieses Video schaut. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Wochenanfang und ich hoffe, es geht euch gut. Es könnte sogar sein, dass es euch noch besser geht, denn ein neuer Champion wurde jetzt rausgebracht, beziehungsweise wir wissen nun, was er kann, wie er aussieht. Und dieser Champion ist komplett insane. Das kann ich schon mal sagen, dieses Video wird wahrscheinlich deutlich länger gehen als normale Champion-Videos. Und dieser Champion wird voraussichtlich, gehe ich jetzt einfach davon aus, der schwerste Champion, der je in League rausgekommen ist. Du wirst ein Physikstudium brauchen, allein um diesen Champion zu verstehen und alles aus ihm rauszuholen. Aber zunächst kam noch ein Trailer raus, den schauen wir uns doch einfach mal an. Avelios! Ja, das meine Freunde ist auch der Trailer schon gewesen. Ich muss erstmal direkt am Anfang sagen, ich habe mir seine Story nicht durchgelesen, das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, was das hier zu bedeuten hat alles. Im Prinzip würde ich sagen, okay, er trinkt ihnen so ein Gift, was nicht mit seinen Skills zu tun hat, das kann ich jetzt schon sagen. Ich hätte erstmal gesagt, er ist so ein bisschen psychisch entweder aufgestiegen, so ein bisschen erweitert, dass er halt mit ihr sprechen kann. Oder er ist einfach komplett durch im Kopf, eins von diesen beiden Dingen könnte es sein. Was wirklich wichtig ist, ist, ich glaube er ist von Ionia, so wichtig ist es nicht, ist, dass er hier fünf Waffen hat. Eins, zwei, drei, vier, fünf, die sehen alle sehr, sehr sneaky, fancy aus und man muss auch sagen, die Waffen erinnern mich extrem an Halo, wenn ich ehrlich bin. Der Champion selber sieht so ein bisschen aus wie so ein Korean, also so ein K-Pop-Lord oder sowas. Das heißt, einige Frauen werden bestimmt richtig auf ihn abfahren. Ich glaube, so ein paar Frauen finden den richtig Uwu. Aber worum es hier wirklich geht, ist der Champion und den wollen wir uns angucken. Ich kann euch direkt sagen, der Champion, das ist ein eigenes Buch, um diesen Champion zu verstehen. Das heißt, passt ordentlich auf oder versucht aufzupassen, ich werde es euch versuchen zu erklären. Es ist komplett verrückt und insane. Dieser Champion ist überhaupt nicht wie andere Champions, es ist ein Desaster, kann ich schon fast sagen. Also, fangen wir an. Wie funktioniert sein Kit? Er hat Waffen, Autotakes und Munizierung. Klingt verrückt. Er hat hier seine fünf Waffen, ein, zwei, drei, vier, fünf. Die haben alle ein eigenes Icon und er hat eine Haupthand und eine Nebenhand. So kann man sagen, Mainhand, Offhand. In der Mainhand hat er eine Waffe, mit der kann er ganz normal angreifen. Das heißt, nehmen wir an, er hat dieses, was so ein bisschen aussieht wie das Schwert von Halo in der Hand. Dann kann er damit angreifen und schießen. Ja, es ist, glaube ich, irgendwie eine Schusswaffe gewesen. Dieses Ding hat um 50 Munition. Die Munition heißt Moonlight. Sobald die Munition von der Mainhand leer ist, wie wir hier unten sehen, geht die Mainhand weg, ist tot und eine neue Waffe kommt hier rein. Das ist das Ding. Das sieht mir ein bisschen aus wie diese Gravity Canoon. Dieses, dieses lila eine Ding. Könnte sein, auf jeden Fall ist es auch egal, kriegt er eine neue Waffe, die geht da rein und seine alte Waffe geht nach hinten. Sobald die Munition dieser Waffe leer ist, geht diese Waffe nach vorne rein und das Ding geht wieder nach hinten, hier hinter. Das ist also quasi ein Kreislauf. Es ist nicht irgendwie, das geht hier irgendwo zwischen oder das ist random, so wie bei Twisted Fate, sondern es ist ein geregelter Kreislauf. Waffe leer, nach hinten. Neue Waffe, Waffe leer, nach hinten. Neue Waffe, Waffe leer, nach hinten. Die Offhand bleibt die ganze Zeit Offhand. Außer, und das sieht man hier, man wechselt sie. Denn man kann, beziehungsweise Aphelios oder Aphelios oder wie auch immer er heißt, ich denke mal Aphelios, der kann zwischen seiner Mainhand und seiner Offhand wechseln, was wir hier sehen. Das heißt, hier nimmt er nämlich jetzt dieses Kreisding in die Haupthand und sein Schwert oder was auch immer das ist, in die Offhand. Das heißt, er kann das wechseln, kann diese Waffe jetzt leer schießen, dafür steht dieses X und dann geht diese Waffe nach hinten und diese Waffe geht nach vorne. Und dadurch, muss man sagen, wird der Kreislauf, der gerade eigentlich linear war, verändert. Denn vorher hatten wir Kreisschwert, jetzt haben wir Kreisbummerang oder Welle oder Halbkreis oder was weiß ich. Und dann vielleicht Schwert oder Mond, je nachdem wie man wechselt oder was man macht. Ist auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt das schon mal verstanden, klingt ein bisschen verrückt, aber eigentlich noch einleuchtend. Abilities. Aphelios, seine Abilities sind komplett anders als die von anderen Champions. Er hat nur Q, W und R. Er hat keine E. Jetzt denkt ihr, ja Tobi, der hat doch bestimmt eine E, so eine Passive, so wie Vayne, so diese Silver Balls auf der W. Nein, dieser Champion hat keine E. Er hat keine E. Er hat keine E. Wenn ihr da hinfahrt mit einem Flugzeug, einem Touristenflugzeug und zur E hinfliegt, da ist keine E. Da ist nichts, gar nichts. Nichts, keine E. Es ist keine E da. Gut, damit wir das geklärt haben. Seine W ist das, dass er die Mainhand und die Offhand wechselt. Ja, das Tauschen der Waffen, der Hände, der Handwaffen. Das heißt, im Prinzip hat er Q und R. Das ist alles, was er hat. Mehr hat er jetzt schon wieder nicht. Q und R. Allerdings muss man sagen, ja, alle seine Waffen haben eine eigene Fertigkeit, so gesagt, so gesehen. Das heißt, ja, jede Waffe ist unique, sehr speziell und hat ihre eigenen Stärken und Schwächen. Und seine Skills leveln sich automatisch. Das heißt, er levelt mit 1 hat er die W, mit 2 kriegt er Q und mit 6, 11 und 16 die R. Das heißt, das levelt alles automatisch, da könnt ihr gar nichts machen. Das gilt einfach komplett durch. Dann fragt ihr euch, ja, aber Tobi, was mache ich denn jetzt mit den Level-Ups? Mit den Level-Ups könnt ihr Punkte verteilen in Attack-Damage, in Attack-Speed oder in Bonus-Armor-Penetration. Das heißt, das ist euch überlassen und da kann man sehen, das sind definitiv 3 verschiedene Spielstile. Wollt ihr wahrscheinlich, ich gehe einfach mal von und aus den Attack-Damage, sowas wie, ja, wie Djinn. So einer, der richtig böllert, auf Range ein bisschen, der richtig reinknallt, aber langsam angreift. Wollt ihr eher so eine Attack-Speed-Maschine, wahrscheinlich im Early-Gay, äh, auf Close-Range, wenig Range. Oder vielleicht sogar das Assassin-like ist oder was, was richtig schnell Burst-Damage macht oder sowas. Bonus-Armor-Penetration. Klingt auf jeden Fall verrückt und hier muss man natürlich gucken, man kann wahrscheinlich, also ihr könntet zum Beispiel 6 Punkte hier, 6 Punkte hier, 6 Punkte hier, 18 Punkte da, 18 Punkte hier oder, ne. Da müsst ihr echt gucken, wie ihr das verteilt, das muss man dann halt sehen, ne. Seine Ultimate und seine Q. Seine Q ist einfach ein Effekt seiner Waffe. Das heißt, seine Waffen haben ja eine eigene Passive, so gesehen, sie funktionieren auf ihre eigene Art und Weise. Aber sie haben auch eine aktive, die ihr benutzen könnt. Das heißt, ihr könnt damit zum Beispiel einen Feuerball schießen oder sowas. Da kommen wir gleich zu. Das ist die Q. Jede Waffe hat eine Q, das heißt, ihr habt im Endeffekt 5 Qs. Moonlight Vigil ist seine Ultimate. Sein Ultimate ist so, er schießt eine Mondbombe nach vorne und beim ersten Ziel, was getroffen wird, explodiert diese und macht Schaden an nahen Gegnern. Außerdem schießt Aphelios Basic-Attacks von seiner Mainhand hinterher, auf alle Gegner, die in Explosionen gefangen wurden. Das heißt, ihr schießt das Ding, es explodiert, alle Gegner, die getroffen wurden, schießt ihr mit der Mainhand auf den Gegner drauf. Peng, 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 ja. So, kommen wir zu seinen Waffen. Calibrium, the Rifle. Ich denke mal, das ist diese Waffe hier, die sieht so ein bisschen danach aus, sieht übel krass nach Halo aus. Calibrium, the Rifle. Das ist eine Waffe für Polk, Harris hat höhere Out-Attack-Range, Extra-Attack-Range, die Basic-Attacks. Das ist zum Beispiel eine der Passives. Und die zweite Passive ist, wenn ein Gegner durch eine Ability von Calibrium markiert wurde. Das heißt, die Q von Calibrium, hier steht nicht viel dran, schießt einen Skillshot, trifft den ersten Gegner und markiert. Das ist im Prinzip, sagen wir einfach mal, wie es eine Brand-Q. Ihr schießt so ein Ding, trifft den Gegner und der ist dann markiert. Das ist die Q. Hat wahrscheinlich viel Range, ganz guten Damage. Aber nur den First-Enemy-Hit. Vielleicht geht es durch Minions durch, mal gucken. Also First-Enemy vielleicht, also hier steht First-Unit. Also wahrscheinlich nicht, aber wenn das nicht durch Champions durchgeht, dann ist es vielleicht eher wie ein Ezra-EQ. Gut. Aber ich dachte wegen Wave-Klee und so. Na gut, auf jeden Fall ist es so, dass wenn ein Ziel markiert wurde, ist die Fähigkeit vom Calibrium, die Passive, dass ihr den Gegner rechts klicken könnt, der markiert wurde, egal wo ihr auf der Map steht. Anywhere on the Map. Ja, es ist ein Rifle, es hat viel Range, ihr könnt überall schießen. Und jetzt kommt der krasse Clou. Ihr greift dann allerdings nicht mit Calibrium an, sondern mit eurer Off-Hand-Weapon. Das heißt, hier kann man schon mal sagen, es ist ein bisschen verrückt, weil du hast jetzt fünf verschiedene Calibrium-Off-Hand-Möglichkeiten. Oder vier. Ne, du könntest jetzt quasi, um das mal verbildlichen, du könntest jetzt diese Waffe in der Off-Hand haben, diese Waffe in der Off-Hand haben, diese Waffe in der Off-Hand haben, oder diese Waffe vielleicht in der Off-Hand haben. Welche Waffe hat den besten Effekt? Welche willst du in der Off-Hand haben, damit das richtig reinschallert beim Gegner? Das wisst ihr jetzt noch nicht, weil ich euch die Waffen erst vorstelle, aber da kann man schon mal sagen, da hast du viele verschiedene Möglichkeiten. Genauso wie bei der Ultimate, denn die Ultimate ist ja abhängig von der Waffe. Denn die Waffe, zum Beispiel hier für Calibrium, ist so, dass Moonlight Follow-Up-Attacks Mark All Enemies Hit. Das heißt, alle Gegner werden markiert, so wie das hier, diese Markierung. Und diese Markierungen machen mehr Schaden, wenn sie verbraucht werden. Das bedeutet, ihr macht die Ultimate auf den Gegnern drauf, das ist so AOE Range. Im Prinzip. Die Gegner werden markiert und jetzt könnt ihr einen davon anklicken, schießt ihn an mit eurer Off-Hand und diese explodieren und lösen Nearby Marks, also Marks, die in der Nähe sind, aus und machen Bonus-Damage. Also, es macht viel Damage. Es macht viel Damage, es klingt wie so eine Range. Das heißt, so eine Ultimate, die du auf Gegner machst, wo du denkst, okay, die werden jetzt wahrscheinlich gleich abhauen. Die auf der Flucht sind. Und vielleicht AOE. Wobei, eher auf der Flucht, weil AOE kommt gleich noch was. Severum. Severum Disguise Pistol. Ich frage mich, wie man mit dieser Kanone schießen soll. Ich meine, es sieht schon ein bisschen aus wie einer Pistole. Man hält so, aber... Also, wie man damit schießt, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht fliegt diese Sense hier raus. Kann sein. Severum. Severum ist quasi eine Sustain-Waffe. Das heißt, ihr heilt euch mit dieser Waffe, wenn ihr angreift. Ihr heilt euch einfach, wenn ihr damit angreift. Wenn ihr volles Leben habt, dann kriegt ihr ein bisschen Overheal. Äh, beziehungsweise, wenn ihr Overheal macht, dann kriegt ihr ein Small Shield. So wie Blutwürste im Prinzip. Severum. Wenn ihr die Cube benutzt, bekommt ihr zusätzliches Movement Speed. Und ihr schießt ganz schnell eure Main Hand und eure Off Hand auf das nächste Ziel. Priorisiert Champions. Das bedeutet wieder, hier habt ihr extrem viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr diese Sky's Pistol habt. Ich denke mal, das hier ist die Sky's Pistol, oder? Oder das. Oder das. Naja, ich glaube, ich glaube, actually, das Ding ist die Sky's Pistol. Das bedeutet hier, wollt ihr, wollt ihr dann die in der Off Hand haben? Wollt ihr die in der Off Hand haben? Wollt ihr die in der Off Hand haben? Das muss man halt wirklich schauen, was man da möchte. Ähm, gibt viele, viele verschiedene Varianten. Und das schießt ihr dann quasi... Hier waren wir. Da schießt ihr quasi beides ab. Macht allerdings Reduced Damage. Im Prinzip generell leicht zu verstehen, der Spell. Ihr drückt Q, beide Waffen schießen auf den Gegner. Peng. Relativ einfach. Eure Ultimate gibt euch einfach nur Flat Heal. Sehr einfach. Schön. Wenn ihr die Ultimate habt, das ist eine Heal Ultimate. Schön. Gravitum the Cannon. Sieht sehr verrückt aus. Erinnert mich unglaublich krass an Bleach, wenn ich das gerade mal so sagen darf. In Bleach konnten die, hatten die auch immer irgendwie so hier in der Hand so ein Loch, glaube ich. Oder irgendwo hier so ein... Und dann kam da, ähm, auch so... Irgendwie konnten die da so... Das war komplett verrückt, oder? Es war... Ich weiß nicht, ob es aus Bleach wäre. Irgendwo aus irgendeinem Anebe. So aus so einem... So, und dann kam da auf einmal so eine Riesenkugel. Und dann Peng. Oder war... Oder war es Naruto? Naruto war das, glaube ich. Hier am Ende... Ach, keine Ahnung. Egal. Es geht hier um... Leak. Ja, Gravitum ist eine Utility-Kanone. Das heißt, wenn ihr den Gegner angreift, slowt ihr damit. Ihr slowt immer, wenn ihr den Gegner mit angreift. Das ist schon mal cool. Ich denke mal, das hat so Medium-Range. Nicht ganz so viel. Äh... Eure Queue macht quasi eine Zone. Damage and root all enemies. Damage and root all enemies on the map affected by Gravitum slow. Das heißt, rein theoretisch könnt ihr überall auf der Map die Gegner slowen. Aber ihr müsst sie halt vorher getroffen haben. Grundsätzlich kann man also sagen, der Champ ist schon global. Aber nur in der Theorie, in der Praxis müsst ihr immer irgendwie den Gegner getroffen haben. Und ihr habt ja nicht global range. Ja. Eclipse doesn't use a failure's offhand. Das heißt, hier wird sie nicht benutzt. Und wenn ihr eure Ultimate benutzt, dann macht ihr ein Massively Increased Slow. Also richtig slow Ultimate. Macht Damage und slowt. Einfach zu verstehen. Infernung the Flamestraw. Sieht cool aus, sieht cool aus, sieht toll aus, sieht cool aus. Infernung. Infernung ist quasi eure AOE Wave Clear Waffe. Sie wird wahrscheinlich auch nicht zu viel Range haben. Macht increased... It deals increased basic attack and ability damage and creates a damage cone behind enemies hit. Das heißt, ihr habt mehr Damage. Und vor allem wichtig ist auch, hier steht Ability Damage. Muss man mal gucken, wie interessant das wird. Auf jeden Fall schießt ihr quasi in einem Cone. So ein bisschen wie Graves. Ja. Ihr schießt auf den Gegner nur mit Feuer statt mit Schrot. Und das ist eure AOE Waffe einfach. Wenn ihr eure Q macht, dann ist das im Prinzip so ähnlich. Ihr macht eine Wave of Flames auf den Gegner. Macht Schaden. Und the basic attack all enemies hit with your offhand weapon. Denn, also okay. Erst, ein paar sagen muss ich mir auch nochmal, aber es ist echt viel und verwirrend. Aber ihr schießt auf den Gegner mit Feuer, macht Damage und dann schießt ihr mit eurer offhand weapon. Das heißt, auch hier habt ihr wieder viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, nun mal, und jetzt kennen wir ja schon ein bisschen, Feuer auf den Gegner und dann mit dem Severum mich heilen. Feuer auf den Gegner und dann mit dem Rifle schön mehr Range und Basic Attack. Oder so, keine Ahnung. Ne? Oder den Gegner, ach keine Ahnung. Ne, markieren machen ja die Auto-Techs glaube ich nicht. Ja, zu seiner Ultimate. Sein Ultimate ist so, dass ihr dann nicht in einem Cone, also in einem, was ist Cone? Mir fehlt das deutsche Wort dafür. Ein, hier, so ein Trapez-mäßiges Ding. Also, ich weiß es nicht mehr. Es liegt mir auf der Zunge. Ja, es ist auf jeden Fall nicht ein Cone, sondern in Circles Around. Also in einem Kreis. Um den Gegner wird Feuer auf den Gegner gebracht. Ihr macht eure Ultimate, die Bombe, und um den Gegner sind Zirkel mit Feuer, die brennen. Ja, das heißt, der Gegner kann vielleicht nicht so gut escapen. Und ja, ist cool. Crescendum, the Chakram. Erinnert mich ein bisschen an Xena, ein bisschen. Crescendum ist eine Close-Range-DPS-Waffe. Das heißt, das Ding macht viel Schaden, hat wenig Range und ist wie ein Boomerang. Das bedeutet, ich erkläre euch das jetzt einfach mal auf Freihand. Ihr werft das Ding und solange ihr das Ding werft, könnt ihr nicht angreifen. Ihr habt keine Waffe in der Hand. Nicht Sivi, ihr habt das Ding wieder und wieder und wieder und wieder. Ihr habt keine Waffe in der Hand. Ihr müsst Waffen warten, bis das Ding wieder zu eurer Hand zurückkommt. Ihr werft, Bang, Damage, kommt zurück. Werft, Damage, zurück. Das Interessante ist, es ist ein bisschen wie Benefit. Das heißt, je näher ihr am Gegner dran seid, umso schneller ist das Ding ja auch wieder bei euch. Das heißt, sobald das Ding nämlich zu eurer Hand ist, könnt ihr sofort wieder angreifen. Egal, wie viel Tag-Speed ihr habt, ihr könnt sofort wieder angreifen. Allerdings ist die Tag-Speed sehr, sehr wichtig, denn je schneller ihr angreift, beziehungsweise je mehr Tag-Speed ihr habt, umso schneller fliegt das Ding. Wenn ihr also Turbo für Tag-Speed habt, dann könnt ihr bapapapapapa im Nahkampf. Also im Prinzip, je näher ihr am Gegner dran seid mit dieser Waffe, umso stärker ist sie auch. Ja. Das steht hier im Endeffekt Wichtig hierbei ist Das hier verstehe ich nicht, Leute Wenn Abilities oder their follow-up attacks Deal damage with Crescendum Das gibt es leider nicht auf Deutsch, sorry They create temporary copies of it For each enemy hit that Increase the strength of Crescendums basic attack Also Wenn Zauber oder Folgende Angriffe Schaden machen Mit Crescendum Macht Sinn, weil man kann Crescendum ja in der Offend haben Na, wenn wir zum Beispiel Flamestrower machen hier Und dann greifen wir mit der Offend an, dann haben wir Schaden mit Crescendum gemacht Dann Create temporary copies of it Also es wird eine Kopie davon gemacht Of it Of Crescendum Oder vom Spell Vom Spell wahrscheinlich, vom Spell wird eine Kopie gemacht For each enemy hit that Increase the strength of, ja keine Ahnung Auf jeden Fall wird die Waffe stärker, Leute, das ist ein bisschen verrückt Muss man dann sehen, wie es im Game ist Auf jeden Fall macht ihr mehr Damage Kann man einiges mit machen Eure Queue ist, ihr macht einen Turm, der schießt Auf den Gegner Deployst du Turret, der schützt in ihres Tages Bist du Offend Weapon Ist interessant, weil hier könnt ihr jetzt zum Beispiel den Flamestrower reinpacken Ihr könnt die Gravity Cannon reinpacken Ihr könnt das Rifle-Gewehr reinpacken Ist so ein bisschen wie Zyra Das heißt, ihr könnt entscheiden, wollt ihr eine Slow-Pflanze haben Wollt ihr eine Long-Ranger-Farben Äh, Pflanze Wollt ihr eine Lifestyle-Waffe haben Wollt ihr diese Boomerang-Waffe haben Ähm, oder Turm Also Interessant Dachte, er ist noch ein Turret Aber nee, ist was ganz anderes Und die Ultimate Die Ultimate kombiniert das, was ich gerade schon nicht verstanden habe Denn Wenn ihr weniger als drei Gegner trefft Mit eurer Ultimate Dann werden Follow-Up-Attacks stärker Von Crescendums Basic Attack Irgendwie sowas Also I don't know, Leute I don't know Da bin ich raus, sorry Das ist nichts von wegen Englisch Sondern einfach Verständnis Ich verstehe das verständnismäßig nicht Aber vielleicht Erklärt sich das Wenn der Champion raus ist Das H.U.D. von dem Champion Wie soll das Ganze aussehen Hier ist die 1 Das heißt Das ist diesen Geist Den man gesehen hat Was er im Kopf da hat Und die ist quasi nur da Um euch das zu erklären Hier steht auch 1, ne Das ist der Tool-Tipp Um das Ganze Den Champion zu erklären Und Der wird ingame Genauso lang sein Wie dieser ganze Dieser ganze Post hier quasi Die 2 Das ist seine Mainhand Und wir sehen 50 Munition Die 3 ist seine Q Dann ist die 4 Seine Secondhand Und die Munition Die 5 ist die nächste Waffe Die er bekommen wird Ist ein bisschen klein Um ehrlich zu sein Wenn man schlechte Augen hat Also ich sehe es Aber der ein oder andere Und die 6 ist seine Ultimate Äh man muss insgesamt sagen Okay das ist komplett verrückt Wichtig ist Hier steht noch If your Mainhand Gun Has 10 oder weniger Munition Dann kommt rechts An der Seite Noch ein Ammo-Tracker Der euch sagt Okay ihr habt noch So und so viel Munition Ist gut damit man sieht Hey okay du hast noch 3 Schuss Aber das Wichtige hierbei ist Dass wir sagen können Okay unter 10 Das heißt Eine Waffe hat Auf jeden Fall unter 10 Also ein Schuss Verbraucht unter Vielleicht verbraucht ein Schuss Ein Schuss Ein Munition Kann ich mir ehrlich gesagt Nicht vorstellen Weil 50 mal angreifen Ist schon sehr viel In der Lane 50 mal angreifen Vor allem wenn du nur Last hittest Ich hätte gesagt Dass einmal Angreifen So vielleicht 5 Oder 2 Munition verbraucht Vielleicht 5 tatsächlich Du kannst 10 mal mit einer Waffe Angreifen Und dann wechselt sie Die Q verbraucht übrigens Auch Munition Allerdings Weiß man halt überhaupt Nicht wie viel Ich gehe mal davon aus 10 Wird das Sinn machen Vielleicht Das heißt Wenn ihr mit der Waffe schießt 10 Munition Und mit dem Autotech 5 Vielleicht auch nur 1 Keine Ahnung Ich glaube 5 5 wäre fein Wichtig ist hier The weapon of the face Also wichtig nicht Mastering a failure's Moonstone Arsenal may prove To be the one of the most Daunting challenges In all of League Das heißt Hey Are you devoted enough For the task Ready yourself Blablabla Dieser Champ Das sagt Riot selbst Wird potenziell Die größte Challenge sein Ihn zu meistern Es wird potenziell Der schwerste Champion Der je rausgekommen ist Das ist also kein Clickbait Oder sowas Aber Ich kann mir vorstellen Vielleicht ist er Also es sieht verwirrend aus Aber es könnte Es gibt 2 Möglichkeiten Entweder er wird komplett Total schwer Alle Leute haben 20% Er ist komplett crazy Schlecht Außer du kannst ihn Und selbst dann ist er schwierig Oder Er ist kacken einfach Weil Ich hab mir mal so ein bisschen überlegt Hey okay Grundsätzlich hat er jetzt nicht wirklich Spells Also er hat nicht Du kannst keine W ist halt wechseln Da kannst du nicht viel mit falsch machen Du hast keine E Also du hast jetzt nicht viel Was du erstmal grundsätzlich verkacken kannst Klar du hast deine verschiedene Waffen Und du musst da das meiste rausholen Wenn du die ganze Zeit deine Waffen wechselst Aber Im Prinzip Glaube ich Könnte es sogar sein Dass er gar nicht Ultraschwer wird Was ich mir aber vorstelle Was schwierig bei diesem Champion wird Ist dass er kein Mobility Spell hat Er hat nichts zum Daschen Zum Vorankommen Das heißt er ist ein Articary Opfer so ein bisschen Deswegen ist er wahrscheinlich auch Auf der Toplane nicht Weibel Im Jungle nicht Weibel Und vielleicht auch in der Midlane Nicht so richtig Weibel Weil Ja jeder der Jhin Midlane mal gespielt hat Der weiß wenn du gegankt wirst Bist du tot Und Jhin hat sogar noch ein bisschen Er kann ein bisschen schneller laufen Hat einen Slown Und vielleicht einen Root Und er hat halt gar nichts davon Klar okay er kann ein bisschen Slown Wenn nur gerade die richtige Waffe In der Hand ist vorausgesetzt Ja Die Frage ist halt auch Kann man Muss man halt die Waffe immer leer schießen Bevor ich die Waffe wechseln kann Vielleicht will ich die Waffe grad gar nicht Und muss die dann halt Vielleicht kann man dann halt Die Qs benutzen Um die schnell leer zu schießen Das wäre vielleicht eine Idee Vielleicht benutzt die Q Ja sogar 25 Munition Damit man die schnell wechseln kann Ja also es ist total verrückt Ich mache dieses Video jetzt mal dicht Weil es geht schon viel zu lange Ihr könnt mir absolut gerne sagen Was ihr von dem Champion haltet Ist komplett verwirrt Komplett cool Aber es ist eine coole Idee Es ist was komplett cooles Was komplett neues Droppt mir auf jeden Fall gerne Was ihr in diesem Champion seht Macht das Sinn Ist das Quatsch Oder auch nicht Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss